Beim letzten Mal habe ich jemanden beerdigt bei einer Beerdigung. Ja, da sind wir jetzt also. Komm, halt einfach die Stresse. Sei einfach still, war ehrlich. Gut, dass die eine blind ist. Komm, die easy kill. Und mein Ziel in einen speziellen Schrank gepackt. Ich mit denen. Bitte, ihr beiden Zwillinge, ihr gebt mir so auf den Sack. Bitte, gebt mir einen Gefallen. Haltet die Schnauze! Dankeschön. Meine Fresse. Hallo und willkommen zurück zu meinem weiteren Anfang von Hitman. Ich habe mir doch das DLC geholt, wie ihr seht. Also die beiden DLC-Levels New York und In the Haven, also Malle. Und wir gehen direkt mal rein in New York. Wieder USA. Ich glaube jetzt das vierte Mal. Egal. Let's go. Three families. That's all it took. The Ingrams. The Carlisles. The Stuyvesants. Tell us everything about them. The Ivory Towers are about to form. And when we're done. Let's cross that bridge when we get to it. For now, the partners are all that matter. There's an issue. Of course there is. Olivia's tracked the names mentioned by the Constant. And their dead ends. How dead? Obituaries for all three have appeared online. Accidental death. Heart failure. Lung cancer. They're covering their tracks. Faster than I thought. A contingency plan of sorts. The Constant wasn't aware of it. Seems they didn't tell him everything after all. Something this big will leave traces behind. The Constant says to follow the money. Milton Fitzpatrick. The investment bank. It's a key providence asset. Which you worked for. The director of the New York branch is a providence operative. It's our best bet as a way in. I'll tell the pilot to turn the plane around. Right, gentlemen. Here's what we've come up with. The partners are transitioning between identities. But everything is so recent. The Milton Fitzpatrick bank records will still be intact. We've confirmed that the partners have active accounts there. However, the bank's records are remotely updated on a frequent basis. We may only have hours before any leads that can get us the new identities of the partners are gone forever. The data we need can be obtained in two ways. The bank's data core can be accessed through the basement vault. But getting inside the vault could be challenging. Alternatively, bank director Athena Savalas, head of security Mateo Perez, and head of accounts Fabian Mann, each carry a partial backup drive with data. We'll need all three drives to get the full data. Now, we cannot risk the partners discovering the data breach. Eliminating the bank's director, Athena Savalas, would sever the last remaining providence tied to the bank and keep our activities hidden. Okay, one more time. We break into the vault, extract the hard drive rack and eliminate the director on the way out. We. You. Good luck, 47. Ah, das klingt ja mal verlocken. Brechen wir meine Bank ein. Okay, wir haben einmal diese Artina Zabalas. Na, Zabalas, wo kommt mir das nur bekannt vor. Die halt auch wieder so eine Providence-Mitglied ist und dann brauchen wir noch den Datenkern vom Tresor, weil der verschafft uns weitere Ziele von der Providence, und zwar die drei Partners. Und wir müssen es schnell machen, weil jede drei Stunden oder zwei werden die aktualisiert und wieder verschlüsselt. Gut. Dann gehen wir mal rein. Ja, ja, warte mal, ich hab... Nee, das... Der New Yorker, das sieht irgendwie ein bisschen lame aus. Aber irgendwie geile Outfits. Oh, der Wintersportanzug. Ich hab auch neue bekommen, glaub ich, von dem MDLC. Aber ich glaub, das findet man hier nicht. Wir nehmen mal hier so ein Mitternachts-Schwarzer Anzug. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ja, Dietrich und eine Klavierseite. Die Klavierseite ist eigentlich auch leer. Ich würd sagen, wir nehmen mal so einen Sprengsatz. Oder ein Giftmittel. Wir nehmen ein Giftmittel, man. Das geht's. Willkommen in New York, 47. The Milton Fitzpatrick Bank is open for business, but it seems there's some sort of investigation underway. Expect increased security. Your target, Director Athena Savalas, can be found in her top floor office, overlooking the iconic Teller Hall. Head of Security, Mateo Perez, is roaming between the vault area and the Teller Hall. talking to employees. And Head of Accounts, Fabian Mann, can be found on the investment banker floor and the top floor of the bank, driving the internal investigation. Remember, we need to secure the data from the bank's reinforced vault or alternatively acquire three hard drives carried by the Director and her two lieutenants, Mann and Perez. Das klingt doch sehr gut. Dankeschön. Okay, wir sind in der Bank hier von New York. So, entweder beschaffen wir drei von diesen Datendiscs, von diesen Direktoren und deren Assistenten oder wir brechen in den Tresor ein. Mich, ähm, überzeugt natürlich der Tresor am meisten. Okay. Hallo. Darf ich hier einchecken? Okay, darf ich nicht. Ich könnte hier einbrechen. Es sieht ja keiner, oder? Als ob. Ist der so blind? Okay, kurz hier mal einbrechen. Kamera zerstören. Hier können wir leider noch nicht rein. Aber wir können bestimmt diesen Sicherheitskasten ausschalten. Oh. Leider müssen wir unseren schicken Anzug wieder, ja, wegmachen. Denn wir brauchen die Polizeiuniform. Und einer kommt hier noch an. Se hole ich hier die Waffe mitnehmen. So. Mach mal kurz Ruhe. Üuh. Loy. Das sind doch hier die Aktiendinger. Hier werden die Aktien gecheckt, dann wahrscheinlich auch berechnet und sowas. Ganz wichtig hier, die Sachen. Bestimmt könnte man die auch so zerstören. Warte. Ja, bestimmt könnte man die auch zerstören. Und dann werden die alle sauer und dann werden die alle gefeuert. Und dann, ja, haben wir irgendeine Möglichkeit. Aber keine Ahnung, wie man das macht. Haben wir mit allen gesprochen? Nein, ich glaube, ich sah ihn in die Bathroom. Er war da seit Jahren. Okay, das klingt nicht präsentisch. Wir geben ihm den Vorteil des Wunderschöns. Lass mich wissen, wann er rauskommt. Wir machen es. Danke. Milton Fitzpatrick ist eine Runde von Jobinterviews. Der letzte Applikant war letztendlich in die Bathroom, wo er seit einigen Zeit lang war. Nervs vielleicht? Okay, wir haben so einen Typen, der sich hier... Egal, das ist doch nicht dein Ernst. Also hier ist so ein Typ, der gerne hier arbeiten möchte. Also ein Praktikant. Ein Bewerber, eher gesagt. Und der kommt hier aber nicht raus. Er hat wahrscheinlich einen Durchfall. So sieht es aus. Hallo, alte Dame. Schnauze. Ich finde es doch geil, dass Männer und Frauen hier beide das gleiche Badezimmer bekommen. Die werden Spaß haben. So, kommen Sie mal raus. Sie verstopfen in die Toilette. Ah, jetzt gibt es Stress. Wie das aussieht. Ja, sorry, Bodi. Dann vergleichen wir uns mal als Jobbewerber. Der Bewerber. Ah, endlich bekomme ich meinen Beruf. Kriege ich 4000 Euro pro Monat. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich habe so lange drauf gewartet. Das sieht aber nicht nach einem ganz normalen Bewerbungsgespräch aus. Ich bin bereit. Okay, also das ist ein sehr einfaches Test. Alles, was du machst, ist ein Karte und erzähl uns, was du dort sehen kannst. Jetzt ist es wichtig, dass es hier keine richtige oder falsche Antworten gibt. Es ist nur, um uns eine bessere Impression zu geben, wer du auf einem psychologischen Ebene bist. Das macht Sinn? Ja, ich bin bereit. Okay, Herr Thomas. Let's proceed then. Wenn du will, bitte pick the card, die die Worte auf die Worte mitbekommen ist. Also der Adler, der zeigt mir so, ja, der will jetzt was grabben. Der hat jetzt die Chance, was zu holen. Der hier, der sieht irgendwie aus wie so ein... Ja, halt doch mal kurz die Klappe. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Assassine. Also ein bisschen wie wir. Die könnte auch Chance sein. Und das hier, keine Ahnung, könnte das Bild da vorne sein. Ich sage mal, hier der Adler. Okay, wenn du bereit bist, einfach grab a card. All right, now look at it closely. Take a few moments. Then tell me, do you see an animal or an object? Animal. I see. What kind of animal? A bird. An eagle, perhaps. An eagle. Very interesting. A forceful animal. Anything else? It's feeding on something. Feeding? On what? A carcass. A scene is reflected in a pool of blood, flowing from the body. It's a vulture, feeding on someone else's kill. That's very graphic, Mr. Thomas. Yes, brutal even. Right. Hmm, very interesting observation, Mr. Thomas. Not what we expected, but that's perfectly fine. Let's take the next one, shall we? Pick any of the remaining cards that make you think of... Execution, please. Da müssen wir auf jeden Fall das linke Bild nehmen. I'll pick this one. Good choice. Tell me, what is the first thing you see here? Just the very first thing that comes to mind. I see a figure in a large coat. Perspective skewed, as if I'm looking at him from the ground. He's got something in his hands. I... Go on. He's on. Dual firearms. Large caliber pistols. I see. What else do you see? He's just finished a job. Perfectly executed. And who is this man? It's me. Very, very interesting, Mr. Thomas. Der hat ja nicht ganz unrecht. Very creative interpretation, Mr. Thomas. I think we've just got time for the last card. Please proceed. This last card should hopefully make you think of... Prosperity. Okay. Oh, very good. This is an interesting one. What do you see here? Take in the whole image, please. And in as much detail as possible, tell me what this reminds you of. Wealth. Hmm. Can you elaborate on that? I see a big pile of money earned performing questionable actions. And how do you feel about that? Bending the rules of the game? It's what I do. Very good, Mr. Thomas. Well, I have to say, that was very impressive, Mr. Thomas. With your cutthroat approach and killer instinct, I think you'll fit right in with Milton Fitzpatrick. Thank you. When do I start? Well, aren't you an eager beaver? Well, we expect you to come in tomorrow at 8. Welcome on board, Mr. Thomas. I have the job. Omi, I have the job. Jawoll. One of the most interesting things is, yeah, what is here, what is done here, it's very very much about thinking and ideas and how you can learn something from every thing. Also, you yourself will probably see something different, if you see this picture, but the Hitman sees a lot of money from it. Yeah, it's pretty interesting. Oh, well, I'll make sure she is notified. Have a nice day. You can't just go inside without a appointment, sir. Sorry. Ach, egal. Geh einfach rein. Pssst. Oh, fuck. Where do I go to here? Oh, fuck. Das ist ein Überfall. Und jetzt noch das Paket. So. Oh, ich wollte dich nicht abschießen. Ja, scheiße. Okay, nochmal neu laden. Ich suche nach einer Mission. Ah, guck mal, hier ist irgendwas mit einer IT-Nachricht. Okay, sind diese IT-Spezialisten, die anscheinend, ähm, die Probleme mit dem WLAN machen? Hm, ich frage mich nur, warum. Warte mal, was steht da? Keep calm and make sure you're dead bugged. Äh, Hauptsache solche IT-Witze draufschreiben. So, einmal kurz hier rein. Oh, schnell. Schnell rein. Okay, ich muss einmal das Internet ausschalten. Na. Okay. Geht ja ganz einfach. Tippi, tappi, 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 tappi. Okay, jetzt kommt bestimmt einer hier rein, oder? Ach, nee. Kommt hier keiner. Weil das Internet nur für oben gilt. Schnauze. Hey, wie lächerlich ich aussehe. Sogar mit Flamingo-Schuhen, Alter. Oh, yeah. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Das war nämlich nicht nur ein Schlüssel. und ab nach oben. Ah, gut. Finally. I hope you have good problem-solving skills. I'm known to be the best. You'd better be. The director's a handful. Don't talk to her. Alright? Wasn't planning on it. Alright, 47. You're in. Make the most of it. Das werde ich. Mit meinem tollen Outfit. Hallo. Okay, ich muss jetzt hier einfach computerhacken. Hacky-becky. Obwohl, nicht hacken, sondern reparieren. Ah, ich kann jetzt hier was verschieben. Bist du fertig, alles gut. Sie können weitermachen. Ja, der Tim, der war wohl brav. Ja, da kann ich jetzt sie wahrscheinlich verfolgen. B-b-b-b-b-b-b-b-bam. Keiner hat's bemerkt. Keiner folgt sie auch. Oh Gott, hier ist auch noch eine Wache. Die könnte ich vielleicht hier rauslocken. Warte. Äh! Hör auf, eins... dich einzuschließen. Jetzt bist du dran. Okay, äh... Oh, das wird jetzt aber ein unspannender Kill. Ah, ich kann sie mit Kopfhörern, Kill. Keiner sieht's. Easy Kill. Ja, es war eigentlich echt ein unspannender Kill. Muss man ehrlich sagen. Naja. Hauptsache, sie ist tot. Gut, dann schnell raus hier und holen wir uns den Datenkern. Okay, ich hab ja jetzt ne Schlüsse gehabt. Ja, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Ah, ich darf's sogar aufmachen. Aber hier drin sein, darf ich nicht. Okay. Haben wir uns easy durchgeschnitten. Oh, wir können die alle vergiften. Warte, machen wir das doch. Hier. Müsst du mal weg. Oh, scheiße. Ich hab das gehört. Schnee, anmachen, anmachen, anmachen. Ja! Ich hab's noch geschafft. Okay, sie sind alle tot. Ich brauch die Brechstange dort. Okay, haben wir. Da, das war's mit euch. Jetzt seid ihr gekündigt. Wieso kann ich das nicht aufbrechen? Sicherheitsschloss aktiviert. Ähm, muss ich das wahrscheinlich deaktivieren. Okay, erstmal die Klimaanlage deaktivieren. Oh, gut, oh, gut. Gut, ist aus? Ja, ist aus. Wo ist hier das Sicherheitsding? Hm. Was ist das hier? Öffnen. Da öffne ich wahrscheinlich nur die Luke. Okay. Muss man das irgendwie... ...von außen aktivieren? Ähm, da ist irgendwie eine Lüftungsschacht. Kann ich den aufschießen? Hallo? Als ob man ihn nicht aufschießen kann. Okay, man kann ihn irgendwie nicht aufschießen. Okay, ich hab mal alles hier durchgeguckt. Ich hab halt nur so eine Briefbombe gefunden. Klar, könnte man hier drinnen nochmal gucken. Äh, ein Schloss hab ich hier vergessen. Gucken wir jetzt nochmal nach. Äh, nur tödliches Gift. Ja, also... Müssen wir das doch von außen öffnen. Also ich kann jetzt hier nicht hingehen und hier das öffnen. Weil mir halt irgend so ein Sicherheitsschloss fehlt. Deswegen bau ich nochmal die Karte. Äh, quatsch nicht die Endkarte, sondern hier die Karte, die hier drin ist. Versorgung. Da. Versorgung öffnen. So. So. Wenn wir jetzt den roten Knopf drücken. Bam. Ja, wie geil ist das denn? Okay, da sind wir. Warte mal. Oh, ich dachte, das geht wie ein Film. Na gut, wir können auch das System austricksen. Zack. Dann holen wir uns mal den Tresor, Cam. Dankeschön. Wir wollen einen nahen Blick auf diese Daten. Olivia hat etwas Interessant gefunden. Ich werde dir auf der Weg erzählen. Wo gehen wir? In den Paradies 47. Ja Leute, das war heute wieder eine perfekte Folge von Hitman. Und nächstes Mal geht es nach Malediven. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.